Hallo meine lieben Zuschauer, es ist wieder Zeit für ein neues Let's Play und zwar mit dem AMIX 1390. Gehasst, verdammt, vergöttert, je nachdem, zu welcher Spielerschaft man gehört. Von mir ist es eher so ein, ja, verdammt vielleicht. Ab und an gibt es Runden im Bollwerk, macht er sehr viel Spaß, im Random auch, aber wenn es Matchbacking nicht passt, dann ist es echt graus. Deswegen, hier hat der Star 155 definitiv mehr Glück und kommt als fast Top-Tier, also ein 9er auf beiden Seiten noch in den Kampf. 24 Schuss normal, 12 Schuss Premium an Bord. Klippe und die Gegner, würde ich sagen, sind recht ähnlich, also jetzt keine großen Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Von dem her können wir sehr gespannt sein, wie es hier endet. Er versucht jetzt gleich mal hier Richtung Leuchtturm hochzufahren, zumindest ist das die Vermutung, dass er es versucht. Wir sehen gleich, ob er es so wirklich macht. Und tatsächlich, er hat natürlich gute Karten, weil er ist sehr schnell, er hat das Gute gestartet und er macht es doch nicht. Was macht er jetzt? Er deckt erstmal auf, lässt sich dann dabei auch aufdecken. Müsste eigentlich offen gewesen sein, weil, naja, müsste eigentlich. Sechsten Sinn hat aber scheinbar keinen. Artis hat er hier eine. Ja, man sieht, er hat keinen sechsten Sinn. Sonst hätte er definitiv aufgehen müssen. So, jetzt ein super Pershing. Sucht er sich natürlich gleich ein leichtes Ziel raus. Jetzt ein bisschen besser, jetzt hat er die Seite. Ja, sehr gut. Die ersten Schüsse waren es nicht so optimal, aber danach hat er eine schöne Seite bekommen und hier den Charity kann auch nochmal einsetzen. Und jetzt ist er ein Reload. So, sobald er wieder nachgeladen hat, was noch 18 Sekunden dauert, kann er wieder hier gut supporten. Hätte meines Erachtens noch weiter hochfahren können, aber man sieht, er kommt hier drüben auf den T29 eigentlich ganz gut drauf. Wenn er sich ein bisschen zurückfallen lässt. Ah, ne, Entschuldigung, auf den 1390. Der T29 steht ja unten. My bad. So, da kann er jetzt wieder gut wirken. Noch zwei Schuss im Magazin. Jetzt vertraut er sich auch weiter vor auf die andere Seite. Also spannend, wie er da fährt, dass er diese Seite hier präferiert. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, jetzt mal schauen, ob er da den anderen jetzt mal ins Heck fahren kann. So, jetzt den IS. Sehr schön, noch einen Schuss. Na, also 1800 Schaden aktuell und im Reload. Das ist das einzig Nervige an dem, dass er wirklich eine verhältnismäßig gefühlt ewige Reload hat. Aber sobald er wieder nachgeladen hat, kommt er hier gut auf den Gegner drauf. So, jetzt kann er sich in Bewegung setzen. Fünf Sekunden noch. Mach ich jetzt weg. Ja, genau da triffst du ihn sehr gut. Sehr schön. Noch drei Granaten im Magazin. ISO 152 ist jetzt da hinten schon durch. Ah, die macht jetzt auch nochmal ein bisschen was weg. Also es steht 10 zu 7. Normalerweise eigentlich ein ungefährter Sieg, aber man weiß ja nie. Vielleicht holt er jetzt nicht erst mal die Art hier raus. Oder er geht auf den Tiger P. Beides möglich. Da ist die Art in One-Shot. Zack, weg. Tiger P ist kein One-Shot. Definitiv nicht. Aber er kann ihn auf jeden Fall nochmal knapp 500 HP abziehen, aber da trifft er leider nicht. So. Noch 35 Sekunden Reload und dann können sie das Thema hier für sich beenden. Beenden. Zwei TDs und der Tiger, die hier noch die Gegenwehr darstellen. Jetzt den HTC schön ins Heck. Ah, das ist ein bisschen zu langsam. Kann ihn da aber auf jeden Fall jetzt gleich rausnehmen. Im Cap steht schon die ISO wahrscheinlich. Ja, wobei kann auch natürlich der Tiger P genauso gut sein. Da ist er doch schon. Jetzt hat er ihm, bietet er ihm perfekt die Seite an. Da kann er ja nur noch zuschnappen. Nein. Oh, ist das fies, ey. Oh, das ist ja dreist. Fahrt der andere ihm da so vor die Kanone, dass auch Jagd keinen Hit mehr machen kann. Und jetzt ist die Jagd begonnen. Kriegt er den Kill noch? Wäre ein One-Shot für ihn. Schnellster ist er auf jeden Fall. Und auch im One-Shot-Bereich ist er nicht. So, und ja, er macht ihm fünf Kills. Schade, dass er ihn sechs nicht bekommen hat. Hätte eigentlich bekommen dürfen, aber, naja, der VK hatte damit wohl ein Problem. Trotzdem eine schöne Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis bald. Euer Alkarampa. Ich hoffe, euch hat es gefallen.